Hi! Wie notiert ihr euch eigentlich bei einer Vorlesung oder bei einem Vortrag oder einem Lehrvideo das, was euch wichtig ist? In Stichworten oder in Fragen? Auf kleinen Haftis, die ihr dann auf größeren Papierbögen platziert und auch wieder umordnet? Vor allem, wie stellt ihr sicher, dass von eurer Nachbereitung auch wirklich etwas hängen bleibt, dass ihr euch gar motiviert, das Gehörte mit Schwung weiter zu recherchieren und damit zu eigenen und neuen Erkenntnissen zu gelangen? Ich hoffe, euch in dieser Richtung jetzt einen Qualitätsimpuls anbieten zu können. Willkommen zu diesem Tutorial! Schwerpunkt dieses Tutorials ist eine hochwirksame Lernmethode, auf die ich immer mal wieder hingewiesen habe in meinen Tutorials. Jetzt gibt es einfach mal mehr Hintergründe, Tipps und Tricks dazu. Als Bonus zeige ich euch, wie jene digitalen Notizzettel gar mit den Metadaten eurer Quellendatenbank verknüpfbar sind und welche komfortable Software es inzwischen dazu gibt. Und nicht zuletzt, mit der Methode bekommt ihr auch im ganz normalen Alltag mehr Überblick und mehr Durchblick. Im Studium und auch bei der eigenen Weiterbildung erwarten euch stets eine Menge Vorträge, per Video. Außerdem Texte zum Lesen und gelegentliche Tests. Wie könnt ihr mehr als bisher aus einem solchen Angebot herausholen? Dazu stelle ich euch jetzt gern eine gar nicht so neue Lernmethode vor, die sehr effektiv und zugleich völlig simpel ist. Und die ihr natürlich bei allen Kursen und Vorlesungen und Vorträgen ja auch beim Lesen und Erarbeiten von benötigter Literatur anwenden könnt. Cornell Notes. Verbreitet wird diese Lernmethode von einer der acht prestigeträchtigsten privaten Universitäten der USA, der Cornell University. Sie hat dieser Methode ihren Namen angegeben, Cornell Notes. Und es gab sie bereits zu einer Zeit, als an Videos noch längst nicht zu denken war. Das Cornell Notizsystem, auch Cornell Methode oder Cornell Weg genannt, ist im Grunde genommen ein Notizzettelsystem, das in den 1950er Jahren von Walter Park entwickelt wurde. Er war Professor für Pädagogik an der Cornell University im US-Bundesstaat New York. Park empfahl die Verwendung dieses Systems in seinem Bestseller How to Study in College, also richtig studieren an einer Hochschule. Erschient 1962. Das Buch greift viele Fragen und Probleme von Studierenden auf und bietet dazu Handlungsmöglichkeiten an. Es prägte Generationen von Studierenden. In den USA studiert man anders als bei uns nicht so nebenbei. Die Lernenden leben überwiegend auf dem Campusgelände, mitunter wie in einem Internat, wobei die Unis oft so groß sind wie bei uns kleinere Städte. Da dreht sich alles ums Studium und um viel Sport. In solchen Lebensphasen, um nicht zu sagen Lebensblasen, fernab von Familie und bisherigen Freunden, sind praktische Hilfen wertvoll. Die Notizenmethode von Walter Park bietet ein systematisches Format für das Zusammenfassen und Ordnen von Notizen, die man beim Zuhören oder beim Lesen erstellt. Gedacht ist sie für Lernende an Gymnasien und an Hochschulen. Er schlug eine zweispaltige Notizenmethode vor. Man teilt sein Papier also in zwei Spalten auf. Eine Spalte für die Notizen in der Regel auf der rechten Seite. Sie ist doppelt so breit wie die Spalte für die Fragen und Schlagwörter auf der linken Seite. Notizen aus einer Vorlesung oder einem gelesenen Text schreibt man sich in die Spalte für die Notizen, also die rechte Seite. Notiert werden dort die Hauptgedanken des Textes oder der Vorlesung und längere Gedanken fasst man verständlich zusammen. Lange Sätze bringen es eh nicht. Daher arbeitet man mitunter auch mit Symbolen oder Abkürzungen. In die linke Spalte werden relevante Fragen und auch Stichwörter eingetragen, die für die spätere Wiederholung hilfreich sind. Auch diese sollte man sich so bald wie möglich notieren, solange alles noch frisch im Gedächtnis ist. Dort kann man auch weitere Informationsquellen einbringen, etwa aus in der Vorlesung oder im Text erwähnten Quellen. Bei der Wiederholung des Materials kann man sich am besten die Spalte mit den Notizen rechts abdecken, um dann Fragen und Stichwörter in der linken Spalte zu bearbeiten. Noch besser erweist sich die daraus weiterentwickelte Notizenmethode mit drei Feldern. Die ersten beiden, wie eben berichtet, im breiteren Bereich rechts verkürzt mitschreiben, im schmaleren Bereich links die Fragen eintragen, die man noch hat und die Stichwörter, die man relevant findet. Und ein drittes Element ist dann unten drunter oder oben drüber oder wo auch immer ihr wollt, die eigenhändige Zusammenfassung des Ganzen. Diese schreibt ihr euch bitte erst wirklich nach dem Ende eures Videoschauens oder der jeweiligen Vorlesung auf. Und zwar am besten sofort nach dem Ende. Ein paar Minuten noch aufschreiben, bevor man den Vorlesungsraum oder die Seite mit dem eben beendeten Video oder Text verlässt. Wiederholt man dann das Video, kann man prima seine beim ersten Mal eingetragenen Notizen und Fragen sowie Stichworte und die Zusammenfassung korrigieren und erweitern und verbessern und vertiefen. Mit dieser Lernmethode wird man viel mehr als bisher den Stoff reflektieren, weil man das Selbstaufgeschriebene nochmals wieder durcharbeitet, womöglich auch prüfend korrigiert. Diese Cornell Notes geben euch also Anstöße zum Weiterarbeiten mit den selbst notierten Materialien. Wir wissen ja aus eigener Erfahrung, dass wir nur etwas lernen können, wenn wir uns selbst aktiv mit etwas beschäftigen. Aufgrund dieser Erkenntnis gibt es diese einfache und hochwirksame Methode der Cornell Notes seit über 60 Jahren. Und ich frage mich inzwischen selbst, wie kann es denn sein, dass man uns nicht schon immer in der Schule und in der Hochschule diese einfache Weise beigebracht hat, das Gehörte und Gesehene zu vertiefen? Mein Tipp, probiert die Cornell Notes aus, vielleicht gleich jetzt mit diesem kurzen Video-Input. Downloadet euch die zu diesem Video gehörende Datei. Beginnt das Video erneut und nutzt dann die drei Felder in der Textdatei als erste Vertiefungsübungsmöglichkeit. Und dann fragt euch, funktioniert das für mich? Könnte sich das bewähren? Dann habt ihr mit in euren persönlichen Werkzeugkasten. Apropos Werkzeugkasten. Wer forschen lernen will und daher sorgsam mit Quellen umgeht, arbeitet vermutlich auch mit dem kostenlosen Quellenverwaltungsprogramm Sotero. Tatsächlich lassen sich beim Erarbeiten von Quelleninhalten eure selbst erstellten Cornell Notes mit Sotero verbinden. Dazu zeige ich euch nun gleich zwei Möglichkeiten. Die erste, ladet eure Notes als PDF zu den jeweiligen Quellenmetadaten in die Sotero-Datenbank hoch. Ihr könnt nämlich eure Word-Datei, in der ihr die Notizen beim Durcharbeiten einer Quelle eingetragen habt, als PDF-Datei exportieren und diese dann einfach als Anhang zu den Metadaten der schon vorhandenen Quelle in eure Sotero-Datenbank hochladen. Ich zeige es euch hier gerade. So braucht ihr später nicht an zwei Stellen in den Untiefen eures Rechners zu suchen, wo sind die Metadaten zu jener Quelle und wo habe ich meine Cornell-Notizen dazu abgelegt. Nun findet ihr stets beides gleichzeitig wieder. PDF-Anhänge zu erfassten Metadaten werden nämlich von Sotero indiziert. Da findet man also jeden Begriff wieder, sofern die PDF-Datei selbst auch aus durchsuchbaren Texten besteht und nicht etwa nur aus Bildern bzw. aus abfotografierten Texten. Woran merken wir, ob eine PDF-Datei durchsuchbar ist? Nun, ruft sie auf und wenn ihr dann ein beliebiges Wort anklickt oder eine beliebige Passage markiert und diese Aktion genau das Gewünschte markiert zeigt, ist der Inhalt durchsuchbar. Wird stattdessen bei einem Klick, wo auch immer, die ganze Seite markiert, ist in dieser PDF-Datei kein durchsuchbarer Inhalt vorhanden. Das ist der eine Weg. Die zweite Möglichkeit, bereits beim Erstellen eurer Cornell-Notes Sotero nutzen. Dazu könnt ihr ebenfalls eine Word-Template-Datei von mir downloaden. Ihr seht, oben habe ich die Quellenangabe, in diesem Fall ein Interview mit Hans-Peter Dürr mittels Sotero mit einem Kurzbeleg gemäß Harvard versehen. Und unten habe ich einfach Quelle-Doppelpunkt geschrieben und dort hat Sotero den regelgemäßen Eintrag der Metadaten gemäß Harvard-Ausgabe-Stil eingebracht. Die Metadaten hatte ich aus YouTube übernommen. Allerdings gibt YouTube seine Metadaten für die Eintragsart Videoaufnahme aus, anstatt Webseite. Weil bei Videoaufnahme die URL des Videos in Harvard fehlen würde, habe ich in Sotero die Eintragsart einfach auf Webseite umgestellt. Und so sieht es dann aus. Jetzt habt ihr beides. Eine Seite mit euren Cornell-Notes zu diesem Interview und einen zugehörigen Eintrag in Sotero. Den könnt ihr nun mit der zur PDF-exportierten Wörterdatei in eure Sotero-Datenbank ergänzen. Für Mac-Nutzer wie mich gibt es auch ein englischsprachiges Programm, mit dem man seine Cornell-Notizen sehr komfortabel eingeben und gestalten und verwalten und weitergeben kann. Es heißt Columns, also Spalten. Und ist speziell für das Cornell-Notizen-System entwickelt worden. Die Software kostet einmalig nur 99 Cent. Man bezieht sie aus dem Apple-Store und damit wird die Zahlung über die eigene Apple-ID abgerechnet. Das bedeutet, dass ich das Programm sowohl auf meinem stationären iMac als auch auf meinem mobilen MacBook nutzen kann. Die Software beinhaltet auch eine gute Suchmöglichkeit. Man kann in allen seinen Notizen querbeet suchen und auf diese Weise Zusammenhänge und Anknüpfungspunkte und Schnittmengen in den Texten entdecken. Mehr Überblick und mehr Durchblick verschafft uns Cornell-Notes auch im Alltag. Zwei aktuelle Beispiele. Ich lese derzeit dieses Buch. Verschlinge ist geradezu. Kurz vor Ende merke ich, da steckt so viel drin, das muss ich einfach für mich nochmals lesen und dabei inventarisieren. Inhalte, Schlagworte, Strategien. Erfassen mit Cornell-Notes. Oder gestern, da hatte ich ein Arbeitsgespräch mit einem Verein, der eigene Projekte der Entwicklungshilfe in Indien gestartet und mit einem Kamerateam dokumentiert hat. Herausgekommen war eine endlos lange Dokumentation, die weder richtig anfängend noch aufhört. Was tun? So viel Material. Alles sichten, inventarisieren, verschlagworten, Orte zuweisen und die jeweiligen Projektziele. All das erfassen mit der Technik von Cornell-Notes. Dann kann man seine Doku strukturieren und so schneiden, dass aus dem Material eine Geschichte werden kann. Die Cornell University selbst hält einen interessanten, kleinen und kostenlosen Minikurs bereit, indem man die Stärken des Notizzettelsystems kennenlernt und auch Vergleiche zur eigenen, vielleicht bisherigen Lernmethode ziehen kann. Die Nutzung ist anonym möglich. Es können sogar Tests absolviert werden und eure eigenen Einträge in den Minikurs sind am Schluss in einer PDF-Datei mitnehmbar. Probiert den Kurs doch mal aus. Den Link gibt es unter diesem Video. So, nun habt ihr eine Menge Infos zur Lernmethode Cornell-Notes mitgenommen. Macht was draus! Gutes Gelingen. Auf bald!